Moin Leute, Muitzi hier. Es ist endlich soweit, die gesamten offiziellen Patch Notes für Season 13 sind da. Wir werden heute also über alle offiziellen Änderungen für Season 13 sprechen. Ein paar der Änderungen und neuen Features wie zum Beispiel Newcaster oder das Ranglistensystem werde ich nicht nochmal detailliert durchgehen, da ich es bereits schon in anderen Videos gemacht habe und ich mich somit nur nochmal wiederholen würde, was wahrscheinlich auch keiner von euch will. Die Videos, wo ich genauer darauf eingegangen bin, werde ich euch aber auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. By the way ist zusammen mit dem Update jetzt auch der Pre-Download verfügbar. Soweit ich weiß ist das aber leider nur wieder auf Playstation und nicht auf den anderen Plattformen möglich, so war es bisher eigentlich immer. Ich empfehle euch aber auf jeden Fall schon früh genug mit dem Update anzufangen, denn bei mir waren es so um die 48 GB, was dann natürlich so seine Zeit braucht. Falls ihr euch die ganzen Patch Notes selber nochmal durchlesen wollt, da findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Link zu den ganzen Patch Notes. Wie dem auch sei, würde ich sagen, dass wir jetzt auch direkt schon mit den Patch Notes beginnen. Die ersten drei Sachen, auf die ich jetzt überhaupt nicht wirklich eingehen werde, da ich wie gesagt schon öfter über sie gesprochen habe, sind Newcastle, die Ranked Änderungen und die Map Änderungen für Stormpoint. Wenn ihr wie gesagt genaueres zu den Sachen erfahren möchtet, dann findet ihr ein paar Links dazu in der Videobeschreibung. Als nächstes kommen wir zur Map-Votation für Season 13. In Season 13 werden wir Stormpoint, Olympus und Rand der Welt spielen können, wobei Stormpoint zum Start der Season eine Woche lang die einzige Map sein wird. Außerdem wird bei den Rotations die Zeitspanne von 2 Stunden entfernt. Um das nochmal zu erklären, es ist ja immer zufällig, wie lange eine Map da ist, also entweder eine Stunde, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden. Ab Season 13 wird die zweistündige Rotation aber entfernt. Wie genau die Map-Rotations für Ranked aussehen, steht hier nicht dabei, aber im ersten Split sollten wir auf jeden Fall auf Stormpoint und im zweiten Split höchstwahrscheinlich auf Rand der Welt spielen. Nun kommen wir zu den ganzen Nerfs und Buffs für Waffen, Legenden und alles was so dazugehört und hier beginnen wir als allererstes mit den Legenden. Hier haben wir als erstes eine allgemeine Sache für die ganzen verstärkten Legenden, was dann in Season 13 gebreiter, Caustic und Newcastle sein werden, da sie etwas breiter bzw. größer. Und zwar wird hier das entfernt, dass sie durch Kopftreffer weniger Schaden bekommen. Sie werden zukünftig also genauso viel Schaden wie andere Legenden bei Kopftreffern bekommen. Als nächstes haben wir hier Vike, bei der das genommen wird, dass man sich, wenn man die Ulti zündet, während man noch auf dem Weg nach oben ist, sich hin und her drehen kann. Man kann sich zukünftig also nicht mehr drehen, sondern kann nur noch geradeaus in irgendeine Richtung schauen. Die tatsächlich schon letzte Legendenänderung für Season 13 ist für Wampart. Als erstes haben wir bei Wampart einen Sheila-Buff und zwar wird die Zeit, bis sie anfängt zu schießen, verkürzt. Außerdem haben wir auch noch zwei Änderungen bzw. Buffs für ihre Barrikaden. Als erstes wird der Schaden erhöht, den sie hat, wenn sie die Barrikade gerade aufbaut. Und als zweites wird die Aktivierungszeit von dieser Barrikade einfach verkürzt. Das bedeutet, dass sie einfach schneller komplett aufgebaut ist. Das waren soweit tatsächlich auch schon alle Legendenänderungen. Was hier natürlich sehr verwundernswert ist, ist, dass Lifeline keine Änderungen bekommen hat. Dazu ist mittlerweile aber auch bekannt, dass Lifeline in Season 13 wahrscheinlich überhaupt gar keine Änderungen bekommen wird. Das ist für mich natürlich schon ziemlich verwunderlich, denn Newcastle kommt halt raus und das ist, denke ich, wird ich jetzt so sagen oder vermuten, dass es schon ein ziemlicher Konkurrent für Lifeline sein wird. Und deswegen ist es ziemlich verwundernswert, dass Lifeline halt keine Überarbeitung bekommen wird. Wie dem auch sei, kommen wir jetzt zu den ganzen Waffenänderungen, wo wir auf jeden Fall schon deutlich, deutlich mehr haben. Als erstes haben wir hier, dass die Flatline und die Longbow in den Bodenloot zurückgehen und die Wampage und die R301 im Replikator landen. Außerdem haben wir neue Goldwaffen. Hier haben wir die Eva-8, den Bogen, die Flatline, die P2020 und die Spitfire. Außerdem wird die Spitfire mit der Mastiff ausgetauscht, also die Spitfire geht zurück in den Bodenloot und der Mastiff geht ins Care-Paket. Die Änderungen für die Spitfire sind auch ziemlich, ziemlich umfangreich, deswegen blende ich euch hier sie jetzt nochmal ein. Es wird wirklich einiges an ihr genervt. Ich denke nicht, dass sie jetzt noch zukünftig zu stark sein sollte. Ich denke, das sollte so mit diesen Nerfs auf jeden Fall in Ordnung sein. Hier haben wir auch noch einmal die Änderungen für die Mastiff, welche halt im Gegenzug teilweise genervt, indem jetzt zum Beispiel statt 6 Schuss nur noch 4 Schuss im Magazin sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch stark gebufft. Die Doppelpatronen-Anpassung, die natürlich für die Mastiff ist, wird aus dem Bodenloot und aus dem Herstellungsloot entfernt. Sie ist halt nur für die Mastiff, deswegen würde sie natürlich keinen Sinn ergeben, wenn die Mastiff im Care-Paket ist. Außerdem haben wir die Craver, bei der der Kopftreffer-Multiplikator von 3,0 auf 2,0 verkleinert wird und der Schaden insgesamt von 145 auf 140 pro Kugel reduziert wird. Als nächstes haben wir noch die Rampage, bei der die Nachladezeit von 2,6 auf 3,1 erhöht wird. Dann haben wir auch noch die Ältester, bei der der Kopftreffer-Schadensmultiplikator von 1,75 auf 1,5 reduziert wird, die Kopftreffer-Distanz von 64 auf 57 Meter reduziert wird und die Abkühlungszeit bei Überhitzung von 2,5 auf 3,6 Sekunden erhöht wird. Weiterhin haben wir auch noch die Devotion. Die Devotion wird ab Season 13,15 statt 16 Schaden pro Kugel machen. Der Kopftreffer-Schadensmultiplikator wurde auch von 1,75 auf 1,5 reduziert, die Kopftreffer-Distanz von 64 auf 57 Meter gesenkt, die Nachladezeit von 2,8 auf 3,2 Sekunden erhöht und die Zeit, um die Waffe herauszunehmen, wegzustecken und alles, was so dazugehört, wurde insgesamt auf jeden Fall ordentlich erhöht. Außerdem haben wir auch noch die Havoc, bei der der Rückstoß etwas vergrößert wird. Das waren soweit auch alle Änderungen für die ganzen Waffen und Legenden. Es gibt jetzt noch ein paar andere Sachen, die auch noch verändert wurden. Hier haben wir als erstes einen Buff für die Helme. Die Kopftreffer-Schadensreduzierung blauer Helme wurde von 40 auf 50 Prozent erhöht und die Kopftreffer-Schadensreduzierung von violetten bzw. goldenen Helmen wurde von 50 auf 65 Prozent erhöht. Außerdem haben wir noch Zellen und Spritzen, bei denen die Spawn-Raten um ca. 18 Prozent gesenkt wurden. Zukünftig werden auch, wenn wir das Spielfeld verlassen, also dieses Zutrittsverboten angezeigt bekommen, Legendenfähigkeiten, Waffen, Explosionswaffen und Überlebensobjekte, Heilobjekte, alle aktiven, passiven Fähigkeiten, zum Beispiel weiß Jetpacks, deaktiviert. Das bedeutet, wir können diese ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, halt nicht mehr machen, wenn wir dieses Zutrittsverboten-Zeichen angezeigt bekommen. Nun, als letztes haben wir noch ein paar Preisanpassungen für den Arena-Modus. Hier wurde auf jeden Fall wieder einiges dran gemacht, aber ich werde euch jetzt nicht alles ganz genau im kleinsten Detail auftragen, denn das wäre wahrscheinlich unnötig und würde euch wahrscheinlich nur nerven, zumal wahrscheinlich nicht alle von euch Arena spielen. Deswegen gehen wir nur kurz durch, welche Preise erhöht und welche gesenkt wurden. Als erstes die Sachen, die günstiger gemacht wurden. Hier haben wir die Tamid-Granaten, das Elektrogewehr, die Longbow, den Bogen, die Triple Take, die Elstar, die Hemlock und die Prawler. Auf der anderen Seite wurden nur die Devotion und die Elstar teurer gemacht. So, und das waren soweit auch alle Patch-Notes für Season 13. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir sehr gerne mal eure Meinung zu den ganzen Änderungen in den Kommentaren da. Ich persönlich muss ehrlich sagen, dass ich es wieder ein bisschen schade finde, dass nicht ganz so viele Legendenänderungen wieder dabei sind, denn davon sehen wir in letzter Zeit bei eigentlich fast allen Patches leider nicht wirklich viel. Aber, ja, was soll man groß sagen, die Legenden sind halt gut gebalanced, von daher ist das irgendwo auch gerechtfertigt. Wie dem auch sei, schreibt ihr mir sehr gerne mal eure Meinung zu den Änderungen in die Kommentare. Lasst mir auch sehr gerne noch eine Bewertung auf das Video da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt und rund um Apex Legends einfach nichts mehr verpassen wollt, auch bezüglich Season 13, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne noch ein kostenloses Abo dalassen. Es ist ja eh kostenlos und für Season 13 ist auch eine Menge wieder geplant. Also ich werde auf jeden Fall wieder ein Legenden-Ranking, ein Waffen-Ranking und vor allem auch ein Newcastle-Guide machen. Der Newcastle-Guide wird auf jeden Fall auch schon relativ zeitnah kommen. Also ich denke, dass ich, sobald die Season so zwei, drei Tage draußen ist, ich schon versuche einen einigermaßen guten Guide für ihn zu machen. Aber gut, danke fürs Zuhende-Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.